Hallo Leute, ich grüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin Kai Stüven, Geschäftsführer der Stüven GmbH & Co. KG. Wir beschäftigen uns seit über 25 Jahren mit dem Thema Fahrzeugsicherheit, sind in Deutschland die Trendsetter für dieses Thema und unsere Kunden finden uns über Google und YouTube. Da sind wir sehr erfolgreich und ich dachte mir, ich versuche auch neuen Kollegen mal auf diesem Wege zu erreichen, den ich für unsere Arbeit begeistern kann. Ja, wir sind unser Tagesablauf ab. Wir haben drei weibliche Kolleginnen in der Auftragsannahme, die dafür Sorge tragen, dass wir ungefähr so immer drei bis fünf Wochen Vorlauf haben. Täglich besuchen uns zwischen zwei und fünf Kunden, um ihre Fahrzeuge absichern zu lassen. Das sind in der Regel die Fahrzeuge, die bei den Dieben sehr beliebt sind. Meistens auch sehr hochwertige Fahrzeuge oder häufig sehr hochwertige Fahrzeuge, aber auch VW-Busse und Reisemobile und ab und zu auch mal einen Oldtimer. Und verbauen tun wir Alarmsysteme, Wegfahrsperren, GPS-Ortungen, aber auch mechanische Getriebesperren und mechanische Zusatzschlösser bei Wohnmobilen. In unserer Branche sind wir Trendsetter in Deutschland. Das habe ich zwei sehr fleißigen Kollegen zu verdanken. Wir haben einen Mediengestalter und einen Medienwissenschaftler und wir produzieren wöchentlich neue Videos von neuen Produkten und von neuen Fahrzeugen, die wir bei YouTube vorstellen. Und so können wir relativ schnell auf Geschehnisse am Markt, auf neue Situationen, was Diebstähle anbelangt und natürlich auf neue Technologien eingehen und unsere Kunden damit bestens informieren. Wir suchen einen Kfz-Mekatroniker, einen Elektroniker, gerne auch einen Meister oder einen Ingenieur. Schwerpunkte sollten hier nicht im mechanischen Bereich liegen. Wir brauchen keinen Karosseriebaumeister, sondern wir brauchen eher jemanden, einen Servicetechniker, der Erfahrung mit Onboard-Diagnose hat und der sich, sage ich mal, für digitale Medien auch interessiert. Was bieten wir? Ein sehr junges, frisches, dynamisches Team in einer ebenso dynamisch wachsenden Branche. Wir haben hier sehr flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und sehr viel Selbstgestaltung ist hier mit dabei. Das heißt, jeder kann hier seinen Job so ein bisschen selber mit formen und sich hier selber in diesem Unternehmen mit einbringen. Und das macht das sehr interessant. Und wir haben natürlich immer mit den modernsten und neuesten Fahrzeugen zu tun und mit sehr modernen Werkzeugen und Programmierwerkzeugen. Das heißt, bei uns lernt ihr auch wirklich was. Wenn mein Video euch in irgendeiner Weise anspricht, dann würde ich mich ganz sehr über eine Bewerbung freuen. Ihr könnt eure Bewerbungsunterlagen uns zu mailen auf die info at kfz-alarm.de. Ich werde mich sehr freuen, wenn ich von euch höre oder ihr könnt mich auch gerne anrufen auf der 0172 40 90 295. Vielen Dank, euer Kai Stüven. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.